Sie ist ganz neu, sie ist sparsamer, schneller, schonender und sie ist ganz einfach zu bedienen, die neue Durchblickmaschine. Ja, ja, so eine Waschmaschine ist ja wirklich nicht schlecht. Wenn man die in Minecraft besitzt, deine Wäsche einfach reinlegt, ein paar Minuten wartet und dann kommt sie wieder bicko bello einfach raus. Luxus pur, meine Freunde. Probiert das mal, wenn ihr nächstes Mal, sage ich mal, wieder ein paar Creeper jagt, eure Wäsche dann mal wieder sauber zu kriegen behandelt. Das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Und für so eine Minecraft Waschmaschine braucht ihr eigentlich nur das passende Banner. Und wie man sich dieses Waschmaschinen-Banner craftet, zeige ich dir. Ganz einfach und simpel. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Waschmaschine kannst du natürlich jetzt deine Wäsche einfach reinlegen, gehst dann wieder in die große, weite Welt von Minecraft, farms wieder Ressourcen und wenn du wiederkommst, ist deine Wäsche einfach nur pico bello sauber. Tja, so einfach geht das schon. Du kannst jetzt natürlich noch einmal oben in die Infobox schauen, da habe ich dir noch ein paar tolle Videos zusammengestellt. Oder abonniere den Kanal, dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich viel Spaß mit der Waschmaschine und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.